Wenn du auswandern würdest, wohin wäre das? Ich glaube, ich würde nach Südafrika auswandern, weil ich es da einfach unheimlich schön finde. Welche Eigenschaft hättest du gerne von mir? Ich mag, dass du sehr organisiert bist und du bist gut mit allen Dingen. Ich bin gut mit allen Dingen oder so und du bist gut mit allem. Was sind deine Stärken auf dem Platz? Gute Frage. Ich glaube, ich kann ganz gut eine gute Präsenz. Ich habe eine gute Präsenz auf dem Platz. Ich würde sagen, dass ich relativ reaktionsschnell bin. Welche Position würdest du spielen, wenn du nicht Torfrau wärst? Ich möchte gerne die Tour machen. Ist das ein Stürmer? Ja, das stimmt. Was machst du als erstes, wenn du aus dem Trainingslager wieder zu Hause bist? Ich werde wahrscheinlich mit meinem Freund zusammen einfach einen schönen und ruhigen Abend verbringen. Ja. Welche Superkraft hättest du gerne? Vielleicht, ich möchte gerne wissen, was du denkst. Ja. Ja. So Gedankenreden. Ja, Gedankenreden. Danke. Welche Eigenschaft hattest du gerne von mir? Deine lockere Art auf dem Platz und dass du ja versuchst, deine Erfahrungen zu teilen. Also dieses Zwischenmenschliche, dieses Vorbildliche, sag ich mal so, dass du sehr offen bist. Welchen Rat gibst du deinen Kindern? Vielleicht leben in here and now. In hier und jetzt? Das ist, das ist die Beste. Sehr schön.